Ich bin Benka Baloschki, bin 34 Jahre alt, bin Co-Trainer bei den Veolia Towers Hamburg. Ich bin geduldig, ich bin, glaube ich, lustig und entspannt. Mich inspirieren Menschen um mich herum, die meine Leidenschaft zum Basketball teilen, tagtäglich. Entspannt aufstehen, was frühstücken, möglichst zeitig in die Halle kommen. Ich mache gerne ein kleines Workout am Spieltag und habe gerne viel Zeit für noch einen entspannten Kaffee und ein bisschen Eingrooven in der Halle. Als Head Coach irgendeine Euroleague-Halle. Mich weiterentwickeln als Coach, weiterzulernen von einem erfahrenen Head Coach und die Mannschaft so gut wie möglich zu unterstützen, dass wir maximal erfolgreich sind im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ich bin, glaube ich, nicht ideal. Dann schien Sie ruhig, natürlich, nicht blinken. Ich bin, glaube ich, nicht знаком, natürlich ein paar别men. Ich bin, glaube ich, nicht wenigstourney. Der Feuer in st goal nach wie möglich sein. önce, große Erama, dasато Jay mit uns passion.